Moin Moin liebe Freunde der KSH. Ich habe heute das besondere Vergnügen euch die Wingschung Legende Yip Man persönlich präsentieren zu können, der hier die erste Form zeigt. Die seltenen Videoaufnahmen eines Mannes, der sehr viele Kampfkünstler auf der Welt inspiriert hat. Genießt die Bewegung, auch wenn wir sie heute ein wenig anders machen, dann kennen wir doch die Ursprünge unserer Kampfkunst dort. Die Schlechtung wurde das institutions, die wir heute eine besondere Möglichkeit haben. Jetzt steht der KSH, das immer auf der Welt ist, dass wir unter den KSH-K-Lationen haben, dann wird dem KSH-K-Lationen im Auslangen. Das ist das Koalbans, das der KSH-K-Lationen im Auflangen. Das ist das Koalbans zu tun. Musik 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 Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte seid so nett und hinterlasst uns ein Like, beziehungsweise abonniert den Kanal, wenn das noch nicht passiert ist. Alle Leute, die Lust haben, mal beim Training vorbeizuschauen, sind herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Musik